Herzlich Willkommen zurück zu einer Runde One Homie Left Vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Dabeisein Ich brauch mal eine Schaufel Ich will mir mal eine Schaufel machen Weil ich's kann einfach Was macht denn eigentlich mein Wellness Alles gut So ich will mal gucken Ob ich hier nochmal Gibt's hier irgendwas besonderes Nee gell Einfach nur Ein doofer Stein Alles gut, Erde, Dreck und Stein Das muss hier nicht sein Okay da unten ist nochmal eine Insel Nee Geht's denn hier so lang Vogelnässt, doch Hab ich doch richtig gesehen So One Homie Left ist wieder on Tour Homie on Tour Und ich brauche Federn Und ich habe eine neue Aufgabe Und zwar die Aufgabe heißt Wooden Frames bauen, setzen, aufwerten Dann Aufgabe folgt So Ihr lieben Tippgeber So Craft the bedroll Und Place the bedroll Gut, mach ich das mal So, wir haben schon richtig schön Stuff hier Ich habe schon eine Pistole gefunden Yippie Pistol Barrel Receiver Ist ja eigentlich schon fast alles da Aber eins von den ganzen Sachen fehlt noch Und zwar ist das die Rezeptur dafür So Gut Hammer Nehme ich mit Super Ingo Da vorne ist eine Sau Was machen wir mit der Sau Schlachten wir die Nehme ich die mit Renne ich mit Fleisch rum Oder nicht So Alles klärchen So So Steine haben wir schon noch ein paar 200 Steine So Wunderbar Jetzt haben wir Skillpunkte erreicht One Homie braucht aber keine Skillpunkte Der Homie braucht die nicht Ich brauche nur Einen Schutzanzug Gegen das Sterben Einen großen Schutzanzug So Wo gehen wir hin Wo gehen wir lang Und ich brauche Ja Eigentlich brauche ich Nein Das brauche ich nicht Ich brauche kein Öl Ein Stück Holz Oh Sehr gut Was gibt es eigentlich hier Gibt es was Toll Das ist sehr Widerstandsfähig Der Dreck So Ja Und da ich Keinen Loot Response habe Kann es mir eigentlich auch gleich sein Von hier sind wir gekommen Gehen wir diesen kleinen Weg mal runter Gucken wir mal wo es dann angeht Und dann gucke ich mal Ob ich noch irgendwo her Ein bisschen Holz sammle Und Steine Ich finde leider hier überhaupt keine Federn In dem Gebiet Ich meine Gott sei Dank Haben wir eine Pistol Aber die kann nichts Die ist grau Und kann nichts Und mein Klapp Der ist auch schon Ziemlich kaputt Mein Spike Und den würde ich gerne Nur noch ein bisschen behalten Nur diese Keule hier Die ist Ich glaube die kann gar nichts Die Keule Okay Okay Schnack Mit Luck Bringt die Keule überhaupt was Auf eins Komm her Bringt nix Kann man vielleicht Als Finishing Move nehmen Aber ich glaube den neuner Bogen Muss ich auch mal ablösen Finishing Meine Güte Oh Da hat er aber geknurrt Komm her Ah Jetzt habe ich meinen Pfeil weggeschossen Oh Ein bisschen Aim Herr Lass mir ein bisschen Aim Vom Himmel fallen Was der Gonji Was der Gonji Aim hat Hat der Ome Einfach nur Pech One Homme left Gut Kein Wunder Dass ich ausgestorben bin Das sieht lecker aus Da oben das Haus Das wäre doch mal was Eine kleine Butzelbude Da könnte ich doch Da könnte ich doch mal gucken Ob ich da vielleicht Gibt es da vielleicht Was zum einen schmelzen Hallo Geh mal zu Hause Ja da sind auf jeden Fall Welche zu Hause Da ist der lecker Forge Drin So ich werde mir die Butze mal sicher machen Mal gucken wer hier alles wohnt Ja das ist mein erstes kleines Babyhaus Da werde ich meine ersten paar Dinger mal machen Ach jetzt sehe ich das nicht In diesem Gebüsch da unten da sehe ich doch wieder nichts Komm mal her Diggerchen Komm mal her du Empty Birdness Das müsste ich mal kaputt schlagen Dieses Birdness Weil es gibt keinen Loot respawn Gib mir mal ein paar Pfeile ganz schnell So einmal Zweimal dreimal Der hat noch nicht wer will nochmal Ach man ey Ist das schwierig hier Das ist die Einstellung Auch ein bisschen hochgesetzt Und schon Sind die ein bisschen schwieriger zu killen Oh Hallöchen Na Noch wach Leg dich da hin Zu deiner Freundin Kerle 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 Was halten die aus hier Geht sogar durch Den Kopf durch Jetzt haben wir aber echt genug angelockt hier Genug Zeug Boah Satansbraten hab ich nicht gesehen Hab ich nicht gesehen Jetzt geh ich mal hier oben erstmal gucken Ob die Schnuseldrusel Hat was dabei gehabt Sehr schön So Don't die Oh me Don't die Was machen die alle hier Ich überlege ob steht mal Zwei drei fünf Pistolenkugeln in den Kopf Semmel Aber die hebe ich mir nochmal für was ganz besonderes auf So dann kommen wir alle weg von meinem Häuschen Ich fühl die mal ein bisschen gassi Kommt mal runter hier Wir gehen mal eine Runde Da ist noch ein bisschen Kohle am Wegesrand So Ich glaube ich einen kleinen Bogen Dann guck ich mal Wo die vielleicht los werden Ich kann es nicht genau sagen Ich habe noch nicht so viel Pfeile Um Alle Gegner wegzusammeln Weil Insane Gespielt wird Und das ist mein erstes Insane Der kleine Homie Der nimmt die Sache jetzt ein bisschen schwieriger an Und ich hoffe nicht dass es mein Mein Ende wird So Ach Verdammnis über dich Die will mich hauen Anstrengend Komm Drusel Dusel Bleib da Bleib da wo du bist Bleib da Oh Mann ey Schlag ich dann hier mit dem Zahnstocher auf die kleine drauf Oder was Das gibt es doch gar nicht Du Drusel Musel Was ist dann los hier Das Wunder mit dir Drei Zwei Eins Vorbei Boah Wie anstrengend Heidewitzka Heidewitzka Das war jetzt aber Das war jetzt aber anstrengend Diese Druselmusel Wir haben schon 4 Uhr durch Ich werde gleich mal da oben die kleine Butze mit paar Spikies absichern Und ich hoffe die Spikes sind immer noch so fit wie früher Was mir leider ein bisschen abgeht ist die Dass ich keine Pickaxe habe So Wood Spikes Komm mach mal so Mach mal hier so ein paar Dinger Dann machen wir den Rest Stein noch weg Und dann wird es langsam Nacht Nur Stein ist etwas was ich ganz dringend brauche Genauso wie Holz Und Federn auf jeden Fall Da bräuchte ich noch viel viel mehr von Dann klöppen wir mal das hier schön weg Ja Jede Menge Holz Baller ich gleich mal die Axt durch Und dann werde ich mich mal da oben in das Häuschen begeben Ja alles gut noch Also wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen Kram Und was mir natürlich noch fehlt Ist ähm Ordentliches Werkzeug Das werde ich mir da oben in der Forge mal schön zusammenbasteln Steinachs sei Dank Was ich noch nicht habe ist ein Messer Ne nicht die Schaufel So Ich hätte gern das Schwein da unten Aber keins da im Moment Was willst du denn jetzt hier drin Das ist mein Haus Ich wusste gar nicht dass da noch einer wohnt War noch so ein dicker Ich hoffe die sitzen gut Ach toll Das waren meine letzten Pfeile Jo Und jetzt Was machen wir Wo ist er Komm mal her Komm mal raus Digga Na komm Ach komm schon Muss doch die Muss doch die Muss da jetzt nicht da so reinlaufen Boah was hält denn der aus hier Friedrich Der Friedrich Komm nochmal zurück Wir probieren das nochmal Komm Nimm doch nochmal den gleichen Weg Mein Lieber Au Wow der zu Alter Verwalter Was ist noch so ein Kriecher Komm schon Geh doch weg Unglaublich Was der aushält Da kommen noch welche Ach jawoll So Das ist unglaublich Was die Viecher aushalten Wahnsinn Wahnsinn Aber ich höre Die sind hier überall Ne Ich bin ganz sprachlos Gerade Da drin sind noch welche Ja Da drin sind noch welche In der Butzebude Da hinten kommt schon wieder Das nächste Hollein Wow Hui Hat es abgezogen Und damit Ein Splint brauche ich noch Zum sterben Krieg ich Punkte Auch nicht schlecht Auf jeden Fall ist hier noch Irgendwo einer Truse Truse So Müssen wir mal mit Splint machen Jetzt wird gleich Nacht Und das wäre echt doof Wenn ich Na toll Genau Gut Also ich brauche noch mehr Holz Muss das Ding hier nochmal absichern Und ich bin eigentlich ganz froh Und ich bin eigentlich ganz froh Dass ich Ein bisschen Holz dabei hatte Weil die sind Die sind bestätig möse hier die Leute Ich glaube die mögen mich nicht Das sieht aus wie die Hütte Die kleine Hütte Von Von einem Freund von mir Der nur am Wochenende streamt Streamt auch nicht Let's Plays macht Sehr schön Gut Jetzt räumen wir erstmal hier den Kram ein bisschen weg So ein bisschen aufräumen Damit die Nachtteile reinbrechen kann So ich brauche hier ganz dringend nochmal Holz Für Spikes Dann gehen wir in die Hütte rein Dann machen wir die Hütte ein bisschen zu Dann krabbe ich vielleicht mal aufs Dach Und dann bricht die Nacht hinein Und wir gucken mal Ob wir eine Nacht in der Folge One Homie Left aufnehmen Oder ob wir Frisch ausgeschlafen am nächsten Tag hereinschauen So Im Exle mache ich mir aber noch Und dann lege ich mal meinen Schlafsack in die Hütte So Don't breathe it Nicht in den Staub laufen So Dann brauche ich noch ein paar Spikes Dann machen wir gleich noch ein paar mehr Dann kann ich gleich noch einen Baum holen Ja Und dann wird wahrscheinlich pünktlich zum Fall des Baumes Die Folge hier vorbei sein Und in Zane sind die Gegner etwas schwerer glaube ich Und was ich sehr vermisse sind die Vogelnester Und Ein großes Ein großes hat das Ganze hier noch Es gibt kein Respawn von dem Von dem Loot Das heißt ich muss sowieso ständig auf Wanderschaft gehen Kann mich gar nicht so lange An einer Stelle aufhalten Ja Machen wir mal hier die Dinger ein bisschen dicht Damit die nicht gleich Kuckuck hier sagen Zehn Holz pro aufwerten Das ist aber auch schon ordentlich Eins noch Komm So dann legen wir die Spicker hier nochmal hin Mindestens eine Zweierreihe brauche ich hier So Ich glaube ich brauche ein paar mehr Wie die 50 Stück Ich glaube ich brauche ein paar mehr So Jawohl Ich setze ein paar von den Spickern Und wünsche euch viel viel Spaß One homie left Alpha 14 geht in die nächste Runde Und wir Ich bin auch gleich mit der nächsten Aufnahme bereit Und gebe euch noch eins Bis dahin Bis später Ciao Macht's gut Die 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 Vielen Dank.